Musik 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 So, liebe Fotografinnen und Fotografen, wir kommen zur sehr spannenden Hintergrundanalyse oder vielleicht besser zur Analyse einer defokussierten Ebene hinsichtlich Ihres Erscheinungsbildes auf einem Ausdruck. Also die Frage ist, wie sieht eine defokussierte Bildstelle letztlich aus auf einem Bildausdruck und dies auch insbesondere im Vergleich mit anderen Hintergründen. Wir möchten also defokussierte Ebenen miteinander vergleichen, die wir mit unterschiedlicher Apparatur und unterschiedlichen Kameraeinstellungen aufgenommen haben. Dieses Video kann uns denn auch helfen, wenn wir zum Beispiel unsicher sind, welches Objektiv wir kaufen sollen, zum Beispiel hinsichtlich der Freistellmöglichkeit. Folgendes werden Grössen sein, die wichtig sind für die Hintergrund- oder defokussierte Ebeneanalyse. Fc, die Brennweite, der Crop-Faktor, k die Blendenzahl, g die Gegenstandsweite, also ungefähr unsere Fokusdistanz, d-Delta, die Schärfentiefe, d die Distanz von Kamera zu dieser Ebene, zu dieser defokussierten, die wir analysieren wollen, dann Gross-G, die Gegenstandsgrösse, also wie gross ist dieses Motiv hier, dieser Gegenstand in Natura, das wir fotografieren und die Grösse des Abbildes, dieses Gegenstandes, Gross-B und es bleiben noch Z0, der maximal zulässige Zerstreuungskreisdurchmesser und zu guter Letzt A in D, das heißt, wie weit müssen zwei Gegenstände aus der Sicht der Kamera auseinanderliegen in D, um im Bild noch vollständig aufgelöst werden zu können. Das heißt, so aufgelöst, dass sich die Bokeh-Scheibchen, also eigentlich die Verschwommenheiten der Dinge, sich höchstens berühren, nicht aber überschneiden. Dies ist die Tigerin Leonie. Sie möchte uns zeigen, was wir analysieren. Ganz wichtig ist, wir vergleichen einen Gegenstand in der Abbildung auf identisch gross ausgedruckten Bildern. Hier sehen Sie zum Beispiel drei gleich grosse Bilder und unterschiedliche Grössen der Abbildung des Tigers. Hier ist Leonie eher klein, da so mittelgroß und da ist sie gross. Wir werden also die Größe eines Gegenstandes auf unseren Bildern messen und eben vergleichen. Dann werden wir Verschwommenheiten untersuchen, also wie dick werden die Bokeh-Scheibchen. Wir sehen sehr gut, dass da Leonie weniger verschwommen ist als hier. Und wir werden uns zum Beispiel fragen, wie viel mal grösser sind hier die Bokeh-Scheibchen oder ist die Verschwommenheit als in diesem Bild. Somit haben wir bereits zwei Vergleiche. Hier ist Leonie kleiner, aber weniger verschwommen, während sie hier eben gross und sehr verschwommen ist. Und die Anzahl Millimeter in der defokussierten Ebene zwischen Laterne und Tiger, dieses A in D, wurde sowohl hier als auch hier gerade noch knapp eingehalten. Hier wohl besser als da, das heisst die Verschwommenheiten von Tiger und Laterne berühren sich knapp nicht. Um auf identisch grossen Ausdrucken nun solche Vergleiche machen zu können, brauchen wir zuerst einige Grössen in Erinnerung gerufen. So zum Beispiel der Abbildungsmassstab eines Gegenstandes in D, nicht unbedingt in G, ist gleich FC durch D minus FC. Der Massstab zwischen Bildsensor und einem Bildausdruck ist gleich Bilddiagonale durch Sensordiagonale. Die Frage also nach, wie viel mal haben wir den Sensor vergrössert, um auf die Größe unseres Bildes gekommen zu sein. Gross Y aus D im Ausdruck, also wie viele Millimeter misst die Größe zum Beispiel von Leonie auf dem fertigen Ausdruck, dies ist die Gegenstandsgröße, so gross wie der Stofftiger effektiv ist, mal dieses MD mal MA. Und eine vergleichbare Dicke eines Bokescheibchens auf dem Ausdruck ist dann ZD, die Dicke eines Bokescheibchens auf dem Sensor, mal dieses MA. Wobei wir die Formel für den Zerstreuungskreisdurchmesser auf dem Sensor bestens kennen und die Verschwommenheitsdicke einer Kante ist ZD durch 2 mm breit. Der Mindestabstand in D zweier Gegenstände aus der Perspektive der Kamera, also A in D, misst gleich FC durch K mal D durch G-1, den absoluten Betrag davon genommen, damit D auch im Vordergrund liegen kann. Wir könnten diese Formel auch etwas anders schreiben und die Formulierung wäre dann sehr gut zu merken, die Auflösung in Anführungs- und Schlusszeichen ist ungefähr gleich Hintergrundabstand durch Objektabstand mal den Eintrittspupillendurchmesser. Und liegen zwei Gegenstände A in D mm auseinander, so werden sich ihre Verschwommenheiten exakt berühren. Bei diesem Bild fokussiere ich ungefähr hierhin, das wäre dann G, und wir sehen deutlich, dass im Hintergrund A in D nicht eingehalten wurde, die Verschwommenheiten überlagern sich. Während wir hier diese beiden Gegenstände in der defokussierten Ebene D mindestens A in D auseinandergestellt haben. Was wir zudem auch noch vergleichen wollen, sind die Schärfentiefen zweier komplett unterschiedlicher Aufnahmen. D-Delta berechnen wir nach dieser Formel, wobei hoch minus 1 einfach meint, dass wir diese eckige Klammer zuerst ausrechnen und dann die 1 durch x-Taste am Taschenrechner drücken. Und dh ist die hyperfokale Distanz nach dieser Formel hier. Wenn wir nun ein Motiv auf zwei völlig unterschiedliche Weisen ablichten, also etwa zwei verschiedene Kameras mit unterschiedlich grossen Sensoren, anderen Fokus, G1 und G2 sind also unterschiedlich, verschiedene Distanzen zum Hintergrund, unterschiedliche Bremweiten und andere Blenden, so haben wir zwei Aufnahmen, eine Aufnahme 1 und eine Aufnahme 2. Wenn wir nun diese Bilder gleich gross ausdrucken, das ist sehr wichtig, zum Beispiel beide drucken wir in der Größe A4 aus, dann ist die Frage nun, inwieweit unterscheiden sich diese Bilder in einer ganz bestimmten Bildstelle, die eben defokussiert aufgenommen wurde. Nun, wie wollen wir zwei Dinge vergleichen, zum Beispiel die Bokescheibchendicke? Wie möchten wir also etwa die Bokescheibchendicke der einen Aufnahme vergleichen mit der Bokescheibchendicke der zweiten Aufnahme? Wie vergleichen wir zwei Werte, zum Beispiel den Wert 1 gleich 5 und den Wert 2 gleich 15? Nun, wir bilden einen Vergleichsfaktor. Nennen wir ihn Omega und dieser ist dann W2 durch W1. Also in meinem Beispiel hier wäre Omega dann gleich 3, dieser Vergleichsfaktor. Omega gibt also hier an, womit ein Wert multipliziert oder auch dividiert werden muss, um zum anderen zu finden. Also W1 mal wie viel gibt dann den Wert 2? Oder Wert 2 durch was genau gibt dann den Wert 1? Sprich, wenn zum Beispiel W2 dreimal so groß wird wie W1, dann wird Omega gleich 3. Denn 5 mal 3 ergibt dann eben 15. Und genau nach solchen Vergleichsfaktoren machen wir nun Jagd. Stürmen wir zuerst auf dieses A in D los. Das heißt, wir möchten gerne den Vergleichsfaktor Alpha finden, welcher uns das Verhältnis von A in D 1 zu A in D 2 verrät. Der Auflösungsvergleichsfaktor Alpha beschreibt uns also das Verhältnis von A in D der ersten Aufnahme zum A in D der zweiten Aufnahme. Und jetzt erschrecken Sie nicht, dieses Alpha kriegt eine Formel. Und sie scheint etwas kompliziert zu sein. Es geht aber lediglich um Folgendes. Hier wieder unsere Leonie und sie wurde A Millimeter neben die Laterne gesetzt. Mit irgendwelchen Kameraeinstellungen haben wir Leonie nun so fotografiert, dass sie in eine ziemlich defokussierte Ebene gelangte. Wir brauchen nun genau dieses A in D, um Leonie noch von dieser Laterne knapp trennen zu können. Belassen wir nun alles bei dieser Aufnahme bis auf die Blendenzahl. Schliessen wir zum Beispiel die Blende etwas mehr. Klar, dann wird die Unschärfe etwas weniger schlimm, sodass wir Leonie etwas näher an die Lampe heransetzen können, ohne dass gerade die Verschwommenheiten von Lampe und Leonie komplett ineinander verschwimmen würden. Wir erhalten also zwei unterschiedliche A in D, welche mindestens nötig sind, um eben diese beiden Gegenstände noch gut voneinander trennen zu können in unseren ausgedruckten Bildern. Konkret habe ich diese beiden Bilder gemacht mit der Blende K gleich 5,6 und mit der Blende K gleich 11. Was ergäbe dies nun für ein Alpha für unser A in D? Nun, die Brennweite liess ich identisch. FC2 durch FC1 ergibt also 1. Können wir gerade so gut weglassen. D und G beließ ich auch genau gleich. Das heißt, dieser ganze Betragsterm gibt auch 1. Es bleibt nur noch K1 durch K2. Rechnen wir das einmal aus. K1 durch K2, 11 durch 5,6, das gibt ungefähr 2. Und dieses 2 ist nun eben genau der Auflösungsvergleichsfaktor Alpha. Alpha gleich 2 heißt nun konkret, dass ich dieses A in D mal 2 rechnen muss, um zu diesem zu kommen. Und Sie sehen, das stimmt nicht schlecht. Dieser grüne Strich mal 2 gibt ungefähr diesen grünen Strich. Und somit wissen wir nun bereits mit dieser Formel, wie wir Alpha berechnen können, also wie wir zwei völlig unterschiedlich aufgenommene Bilder bezüglich diesem A in D vergleichen können. Und komplex ist diese Formel, oder auch alle, die noch kommen werden, nur, wenn wir alles unterschiedlich wählen. Ist alles ausser zum Beispiel eben K identisch, dann fallen viele Faktoren weg und wir sehen sehr einfach gewisse Zusammenhänge. Wenn wir eben etwa nur K ändern, wir haben das vorhin gesehen, dann wird Alpha gleich K1 durch K2. Ändern wir nur die Brennweite, dann wird Alpha gleich FC2 durch FC1. Und ändern wir nur D, also die Distanz zum Hintergrund, den wir untersuchen, wird Alpha zu D2-G durch D1-G und das immer positiv beschrieben. Und ändern wir nur die Fokusdistanz, dann berechnen wir Alpha nach dieser Formel hier. Und wir jagen weiter und möchten gerne dieses Beta herausfinden, also den Bokeh-Scheibchengrösse-Vergleichsfaktor. Kurzum, wir wollen herausfinden, wie viel mal grösser ein Bokeh-Scheibchen auf der ersten Aufnahme ist im Vergleich zu den Bokeh-Scheibchen auf der zweiten Aufnahme. Nun, Beta ist gemäss dieser Formel zu berechnen. Und auch da, wenn wir nichts ändern außer der Blendenzahl, so lässt es sich dank dieser Formel sehr einfach herauslesen, dass offenbar die Bokeh-Scheibchengrösse linear von der Blendenzahl abhängig ist. Also wählen wir eine doppelte Blendenzahl, so wird offenbar das Bokeh-Scheibchen nur noch halb so gross vom Durchmesser her. Während sich aber die Bokeh-Scheibchengrösse mit dem Brennweitenunterschied zum Quadrat verändert. Und diese Formel vereinfachte sich denn zum Beispiel auch drastisch, wenn wir D1 und D2 gleich unendlich setzen, wir also den hintersten Hintergrund analysieren möchten. Dann gibt dies nämlich Null hier und da auch und es bleibt, statt dieser ganze Betragsterm, nur noch gleich G1 durch G2. Bei diesen beiden Bildern von Leonie vergleichen wir mit Beta also die Verschwommenheiten, diese grüne Linie, miteinander. Und nun, wie gross wird Leonie auf unserem Bild erscheinen? Wir suchen also Gamma, den Motivausdrucksgrössenvergleichsfaktor. Y aus D auf A ist also die gemessene Größe des Dings aus D auf den gleichformatigen Ausdrucken, den gleich grossen Bildern. Und Gamma vergleicht diese beiden Grössen miteinander. Gamma beantwortet uns also die Frage, wie viel Mal wir die Größe von Leonie vom einen Bild multiplizieren müssen, um auf die Größe von Leonie auf dem zweiten Ausdruck zu gelangen. Und schliesslich noch der Schärfentiefenvergleich. Delta vergleicht also zwei verschiedene Schärfentiefen miteinander von zwei gänzlich verschiedenen Aufnahmen. Und Delta lässt sich nach Formel 271 berechnen. Eigentlich ist Alpha, Beta, Gamma und Delta nur eine Abschätzung. Und dazu noch eine ziemlich grobe. Diese Abschätzungen sind ziemlich genau, wenn wir Gegenstände sehr freigestellt haben. Ansonsten können die Ergebnisse für diese griechischen Buchstaben ziemlich arg ungenau werden. Dennoch, wir können eben sehr wichtige Zusammenhänge ganz gut erkennen. Zum Beispiel ist ja F durch G, wenn G viel grösser ist als F, ja ungefähr der Abbildungsmassstab. So könnten wir diese beiden quadrierten Klammern hier auch zusammenfassen und für Delta diese Formel hier verwenden. Und da sehen wir sehr gut, dass die Schärfentiefe abhängig ist vom Abbildungsmassstab und von der Blende. Das ist das, was wir besprochen haben im letzten Video. Und offenbar können auch grössere Sensoren besser freistellen als eben kleinere Sensoren. Und nun sind wir aber noch nicht ganz am Ende, denn zwischen Alpha, Beta und Gamma besteht ein enger Zusammenhang, eine logische Beziehung. Und zwar ist Alpha gleich Beta durch Gamma. Und dies ist auch sehr logisch. Werden zum Beispiel Bokeh-Scheibchen fünfmal grösser, also Beta gleich 5, aber zugleich auch der Hintergrund in der identisch grossen Abbildung, also Gamma ist auch 5, so bleibt doch die Auflösung im Hintergrund identisch. Denn 5 durch 5 gibt 1, dies bedeutet, die Auflösung ist genau gleich. Fokussieren wir etwa hier beim Auge und analysieren diese Bälle da hinten mit dieser Brennweite, stehen dann aber weiter weg vom Elch, zoomen aber mehr ein, sodass der Elch genau gleich gross bleibt im Bild, so werden natürlich diese Bokeh-Scheibchen dieser Bälle da hinten viel grösser als in dieser Aufnahme. Aber diese Bälle ertragen auch, um noch irgendwie aufgelöst zu werden, viel weniger Bokeh-Scheibchen als diese Bälle in dieser Aufnahme. Denn das Verhältnis von Verschwommenheit zu Ballgröße bleibt eben identisch. Also verhältnismässig kleine Bokeh-Scheibchen, aber auch kleine Bälle und hier wesentlich grössere Bokeh-Scheibchen, aber auch grössere Bälle. Und wenn wir nun von diesem Bild diesen Bildausschnitt in das andere Bild hineinziehen, aber genauso stark vergrössern, dass der Bildausschnitt genau gleich gross wird wie der Ausschnitt auf diesem Bild, also so, dann sehen wir sehr gut, wie die Auflösung genau gleich ist. Also der Elch wird immer gleich gross auf das Bild gebracht, Mg bleibt also konstant, das meint der Abbildungsmaßstab für den Elchen, die Bälle im Hintergrund werden gleichermassen aufgelöst, die Bokeh-Scheibchen überschneiden sich identisch auf beiden Bildern, ergo muss Alpha 1 sein. Verrät uns diese Gegebenheit nun die Alpha-Formel. Wir prüfen dies nun, Alpha gemäß dieser Formel hingeschrieben, können wir nun sehr vereinfachen. Die Blendenzahl lassen wir ja, K1 ist gleich K2, das gibt also 1. Diesen Term machen wir gleichnamig und formen ihn ein wenig um. Der Abbildungsmaßstab für den Elchen ist ja konstant. Somit ist G1 durch G2 gleich FC1 durch FC2, wie im letzten Video auch herausgefunden. So können wir hier statt G1 durch G2 auch FC1 durch FC2 schreiben und haben insgesamt dann eine Formel für Alpha gleich FC2 durch FC1 mal 1 mal FC1 durch FC2 mal eben D2-G2 durch D1-G1. Nun kürzen sich aber alle vier Brennweitenangaben hier weg und es bleibt für Alpha gleich D2-G2 durch D1-G1. Und was ist dies nun eigentlich? Nun, D ist der Abstand zwischen Kamera und den Bällen und G ist der Abstand von Kamera zum Auge dieses Elches. Somit ist also D-G der Abstand zwischen Elch und Bällen. Ich habe aber weder Bälle noch den Elchen verschoben, sodass wir für Alpha erhalten Abstand zwischen Elch und Ball durch Abstand von Elch und Ball. Also wird Alpha tatsächlich gleich 1. Was nichts anderes bedeutet, als dass diese Bälle gleichermassen aufgelöst werden, sowohl im Bild 1 als auch im Bild 2. Und etwas rasant möchte ich gerne ein Beispiel machen für eine Hintergrundanalyse mit diesen geschätzten Alpha, Beta, Gamma und Delta. Wir machen zwei völlig unterschiedliche Aufnahmen. Schon die Kameras sind unterschiedlich. Der Gegenstand sei 10 cm gross. Den verändern wir natürlich nicht. APS-C-Sensor Cropfaktor 1,5 Kleinbild Cropfaktor 1 Und diese Indexe sind sehr wichtig hinzuschreiben. Alles, was zum APS-C-Sensor gehört, erhält einen Index 1 und alles, was zu Kleinbild gehört, eben Index 2. Z01 ist 0,02 Z02 0,03 und die unterschiedlichen Sensordiagonalen. Nun, wir machen alles unterschiedlich. Brennweite, Gegenstandsweite, also Fokus, dann den Hintergrund wählen wir unterschiedlich und auch die Blendenzahl. Wenn wir nun diese beiden Bilder ausdrucken, wie sehen dann diese Hintergründe aus auf einem ausgedruckten Bild im Vergleich zueinander? Zuerst einige wichtige Grössen. MD1, der Abbildungsmaßstab für diesen Gegenstand in D, ist ungefähr 199 und hier 119 Wir machen zwei A4-Blatt große Ausdrucke. Das heißt, den APS-C-Sensor müssen wir über 12 Mal und den Kleinbildsensor nur gut 8 Mal vergrößern, um auf diese Größe A4 zu kommen. Ich blende Ihnen hier nun diese Formeln ein, so können Sie diese Grössen einzeln berechnen und dann auch so vergleichen. Also die Größe A in D für den APS-C-Sensor ausrechnen und danach für den Kleinbildsensor und dann AD2 durch AD1 rechnen und dann erhalten Sie Alpha. Ditto für Beta und Gamma, da brauchen wir noch dieses große Y, also die tatsächliche Größe des Gegenstandes, wie er erscheint auf dem ausgedruckten Bild nach dieser Formel und schliesslich noch unser Delta. Wenn wir dies nun ausrechnen, erhalten wir diese Grössen für die griechischen Buchstaben, für diese Vergleichsfaktoren und zur Kontrolle Beta durch Gamma gibt tatsächlich Alpha. Wie also fallen die beiden Bilder aus und zwar bezogen auf die Gegenstände, die in D platziert waren hinsichtlich Größe, Auflösung und Bokeh-Scheibchen. Nun, das APS-C-Bild zeigt G etwas kleiner als das Kleinbild-Bild, denn wir müssen die Größe auf den Ausdruck dieses Sensors mal 1,11 rechnen, um auf die Größe zu kommen dieses Gegenstandes auf dem Bild, welches wir mit dem Kleinbild-Sensor gemacht haben. Und analog, das APS-C-Bild generiert aus D etwas grössere Bokeh-Scheibchen auf dem A4-Ausdruck im Vergleich zum Kleinbild-Bild und wichtig ist, dass für die Alpha-Beta-Gamma-Vergleiche immer gleich grosse Ausdrucke betrachtet werden. Also die Durchmesser von Bokeh-Scheibchen auf diesem Ausdruck müssten wir mal 0,741 rechnen, um auf die Bokeh-Scheibchen-Grösse zu kommen, die wir auf dem Bild sehen, welches wir mit dem Kleinbild fotografiert haben. Ergo ist der Gegenstand beim APS-C-Bild etwas weniger gut aufgelöst als beim Kleinbild-Bild. Den A in D von der ersten Aufnahme müssten wir mal zwei Drittel rechnen, um zum A in D zu kommen vom anderen Bild. Ja, klar, muss etwas kleiner Abgebildetes größere Bokeh-Scheibchen erdulden, so wird dies natürlich weniger gut aufgelöst. Und der weitere Hintergrund wird etwas verschwommener sein beim APS-C-Bild. Dies könnte summa summarum dann also etwas so aussehen, dass etwas kleiner, etwas größere Bokeh-Scheibchen, Hintergrund etwas verschwommener und so können wir Hintergründe nun beliebig vergleichen. Und zwar von zwei komplett verschiedenen Aufnahmen. So können wir etwa auch zwei Objektive miteinander vergleichen und im Voraus, ehe wir sie kaufen, herausfinden, mit welchem Objektiv wir Dinge besser freistellen können, zum Beispiel. Und wie verhalten sich so Alpha und Beta Gamma und Delta bei äquivalenten Bildern, wie wir dies auf Seite 15 des Photonotizbuches behandelt haben? Nun, dort sind alle Grössen gleich eins. Äquivalent meint ja gleichwertig. Nun, vielleicht sind sie nicht geneigt dazu, diese komplexen Formeln anzuwenden, aber wir können doch einige Erkenntnisse aus diesen Analysenformeln ziehen. So etwa wie folgt, die Auflösung in D ändert sich linear zur Brennweite, zur Blende, zu G und zu D. Bokescheibchen werden sich linear zum Kropffaktor und zur Blendenzahl verändern, quadratisch aber zur Brennweite. Die Ausdruckgrösse eines Objekts ändert sich linear zur Brennweite, zu D und zum Kropffaktor. Die Schärfentiefe ändert sich ungefähr linear zur Blendenzahl, quadratisch aber zu FC und G und wiederum linear zum Kropffaktor. Oder eben quadratisch zum Abbildungsmassstab und linear zur Blendenzahl wie zum Kropffaktor. Nun sind wir also in der Lage, defokussierte Bildstellen zu analysieren. Wir können abschätzen, wie der Hintergrund abgebildet werden wird. Wir können rechnerisch herausfinden, mit welchem Objektiv wir mehr Hintergrund Unschärfe generieren können. Zum Beispiel haben wir zwei Objektive zur Auswahl. Das eine mit 50 mm Brennweite mit einer Offenblende von 2 und das zweite Objektiv mit einer Brennweite von 80 mm und einer Offenblende von gleich 4. Schauen wir als Beispiel nur dieses Beta an. Wir verändern ja nur Brennweite und Blendenzahl. Also interessiert uns nur dieser vordere Teil dieser Formel. Der ganze hintere Teil der Formel, den können wir vergessen, gibt ohnehin gleich 1, weil wir ja nichts verändern. So rechnen wir also 80 durch 50. Wir quadrieren dieses Ergebnis und rechnen das mal 2 und durch 4. Und dies gibt dann diese 1,28. Und wir können insgesamt interpretieren, dass Objektiv Nummer 2 bildet G etwa 1,6 Mal grösser ab mit 28% dickeren Bokescheibchen, schafft also ca. 78% der Schärfentiefe und kann D etwa 20% verschwommener darstellen. Und die Frage, ob nun ein Kleinbildsensor mehr Freistellung schafft als ein APS-C Sensor, habe ich hier noch etwas deklariert. Bei K1 gleich K2, das heißt, wir verwenden die gleiche Blendenzahl, dies ist Voraussetzung hier, und auch die gleiche Fokusdistanz. So haben wir also für Delta, was noch bleibt, wenn wir G und K gleich belassen, ist nur noch Brennweite und Cropfaktor übrig, dann haben wir also FC1 durch FC2 im Quadrat mal Crop1 durch Crop2. Und nun wollen wir ja den selben Bildausschnitt haben, wir brauchen also ein äquivalentes FC, eine äquivalente Brennweite, das heißt, FC1 ist gleich FC2 mal den Quotienten der Cropfaktoren. Schreiben wir hier in diese Formel, also statt FC1 nun diesen Term hinein, der ist ja FC1, dann erhalten wir für Delta diese Formel, wobei sich hier FC2 wegkürzt und wir haben hier in dieser Klammer nur noch Crop2 durch Crop1 im Quadrat und dies kürzt sich einmal weg mit diesem Faktor dahinten, also es bleibt für Delta gleich Cropfaktor 2 durch Cropfaktor 1, das gibt 1,5. Dies bedeutet ergo, die Schärfentiefe der Kleinbildkamera müssen wir mal 1,5 rechnen, damit diese der APS-C Schärfentiefe gleich würde. Oder eben beide Seiten durch Delta gerechnet, bei gleicher Lichtstärke des Objektives erreichen wir beim Kleinbild eine um den Cropfaktor bessere Freistellung als beim APS-C Sensor. Nun ja, wir fotografieren hier eben nicht äquivalent, weil wir die Blendenzahl gleich belassen. Wir müssten ja die Blendenzahl auch verändern entsprechend, dann wäre auch die Schärfentiefe identisch. Und was werden wir im nächsten Video Spannendes anschauen? Nun, wir werden das Fokus-Ducking etwas unter die Lupe nehmen. Also ein Bild machen mit mehreren Aufnahmen, um die Schärfentiefe zu erweitern oder um Licht zu gewinnen und so weiter. Bleiben Sie dran, das wird interessant, bis bald, adieu.